Oh, was ist denn hier? Wir haben draußen, was ist denn da? Ich danke euch. Ich möchte nur sagen... Ich werde das essen. Ich werde mit dem Schultern nicht mehr hier sein. Ich komme noch nicht wieder. Wieso? Haben wir uns das gemacht? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich hatte eigentlich nie vor, so lange zu bleiben. Ich glaube, kein anderer Ort ist. Wenn Sie gewusst haben, dass Sie jeden, warum hat sich das Versprechen abgeben? Ich... Ich dachte damals, ich würde das durchgehen. Und wieso haben Sie jetzt einfach das? Ich glaube, ich... Ich habe keine Gründe. Ich habe keine Gründe. Ich habe keine Gründe. Das ist heute. Ich war mit... Ich war mit...